Auf den 1. FC Nürnberg wartet eine richtungsweisende Partie. Die Franken treffen am Samstag, 15.30 Uhr, im Keller-Duell auf Hannover 96. Für beide Mannschaften ist ein Sieg Pflicht, um den Anschluss an den Relegationsplatz und das rettende Ufer nicht zu verlieren. FCN-Trainer Michael Kölner wird allerdings auf einige Spieler verzichten müssen, unter anderem auf Abwehrchef Georg Markreiter. Der Aufsteiger befindet sich weiter in der Abwärtsspirale, aus der es derzeit keinen Weg hinaus gibt. Der letzte Pflichtspiel-Sieg stammt vom 31. Oktober, als Drittligast Hansa Rostock in der zweiten Runde des DFB-Pokals im Elfmeterschießen bezwungen wurde. Seitdem warten die Nürnberger auf ein Erfolgserlebnis, neun der letzten zwölf Partien gingen verloren, so auch die Achtelfinal-Partie im Pokal beim Hamburger SV, 0 zu 1. Mit zwölf Zählern liegt der Klub auf dem 17. Tabellenplatz, doch aufgrund der Misere des VfB Stuttgart und dem kriselnden FC Augsburg ist die Mannschaft von Michael Kölner noch immer mitten im Rennen. Das kommende Auswärtsspiel beim Konkurrenten Hannover 96, der als Tabellenletzte ebenfalls mit enormen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, ist daher von großer Bedeutung, doch im Vorfeld der Partie plagen Verletzungssorg in den Nürnberger Kader. Kevin, Gordon wird mit einer Muskelverletzung mehrere Wochen fehlen, Georg, Mark Reiter wird in Hannover auch nicht dabei sein, verkündete Kölner auf der heutigen Pressekonferenz. Zusätzlich seien Patrick Arras, Magen-Darm-Infekt, Federico Palacios, Probleme an der Achilles-Szene, und Virgi Mesidian, Adduktorenverletzung, fraglich. Schwer wiegt auch die Sperre von Mittelfeldspieler André Petrak, der beim überraschenden 1-zu-1 gegen Wälder Bremen seine fünfte gelbe Karte erhielt. Laut Kölner müsse man überlegen, ob wir mit einem, zwei oder drei Sechser antreten. Als Kandidaten gelten demnach Hanno Behrens, der fragliche Patrick Arras sowie Simon Rhein und Lukas Jäger. Allerdings konnte der 49-Jährige auch positiv Nachrichten verkünden, so werde Robert Bauer, der zuletzt aufgrund eines Muskelfaserrisses pausieren musste, dem Kader ebenso angehören wie Tim Leibold, der nach einer Gehirnerschütterung aus der Partie gegen den SV weder unter der Woche geschont wurde. Untertitelung des ZDF, 2020 Der Kader ist zu vertrenden, wie Tim Leibold, der nach einer Gehirnerschütterung aus der Woche geschont wurde. Der Kader ist zu vertrenden, wie Tim Leibold, der nach einer Gehirnerschütterung aus der Woche geschont wurde.